Einen wunderschönen. Guten Morgen. Im Jahr 2015, da ließ Apple ganz offiziell Werbeblocker, Inhaltsblocker, aufs iPhone und aufs iPad. Sie funktionierten schon damals sehr eingeschränkt und daran hat sich auch in den letzten sieben Jahren nichts geändert. Wie ich ganz persönlich so ein bisschen werbefreier durchs Netz komme, das fasse ich heute einmal zusammen.